Herzlich Willkommen zurück bei League of Legends Road to WrestleMania, wollte ich gerade sagen. Wie komme ich denn dazu? Mein Gott, ist schon spät, tut mir leid. Road to Level 30 heißt das Ganze natürlich. Wieder mit dabei hier Fluffy, aka Chinchilla13. Du solltest dich auf die Minions... Und auch Mangaboy ist immer noch da, der irgendwo in der Bot rumhängt. Als Missfortune. Als Missfortune. Komm unter dem Tower weg. Ich komme euch helfen, wenn ich hier mal einen Tower down kriege. Geh mal einen Meter weiter nach hinten. Aber ich möchte erst die Lenk... Geh nach hinten, der Tower hatte ich. Alles gut. Pascal, ich könnte Hilfe brauchen, theoretisch. Ja, der Tower ist sofort da an. Ah, Shen ist hier, Shen ist hier, Shen ist hier, Shen ist hier, ich bin gleich tot. Drei weg. Naja, das ist ein toller Start für die Folge, würde ich sagen. Direkt tot. Was macht eigentlich Annie momentan? Ach, Annie kommt da oben ganz gut klar mit Nunu. Ach so. Ja, aber sich gerade aufregen, dass sie gar nichts kann. Naja, ich sag da nichts mehr zu. Annie kann auch gar nichts. Ich sag da nichts mehr zu. Ich sag da nichts mehr zu tun. Ich sag da nichts mehr zu tun. Für alle, die die letzte Folge nicht gesehen haben, ich habe mich leicht über Annie aufgeregt. Bisschen. Ja, aber nur so ganz dezent. Wolltest du sie immer noch ins TS einladen? Äh, ich denke nicht. Ich werde sie wohl anschreiben, warum das so eine Scheißleistung war. Und warum sie denn nicht einmal hätte oben in der Dings bleiben können. Ben, warte mal. Ja. Ich komm von hinten, also du weißt. Ja. Du meinst in der Mitte, ne? Äh, Garin, geh mal, also Fluffy, geh mal den Fluss hoch, du bist schon zu weit. Ja. Jetzt den Fluss hochgehen. Ich bin schon zu weit, okay. Ja, den Fluss hochgehen und dann kannst du auf Garin. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Okay. Lass uns mal durch die Mitte pushen. Die Mitte, okay, da bin ich fast. Sehr gut. Sehr schön. Ich gammel gerade alle Bot-Land. Es kann sein, dass die gleich hochkommen. Ja. Auf den Tower. Da Shen. Ich dive jetzt weiter auf den Tower. Ich opfer mich, glaube ich. Das ist mir egal. Ja. Weil ich's kann. Sehr gut. Sehr gut gespielt. Du bist wesentlich besser als ich zurück zurückkomme. Ist das ein Challenge? Irgendwann kriegt man dann ein Gefühl finden. Das ist wohl so. Ich nicht. Ich bin gefühlslos. Du solltest da rausgehen. Jetzt solltest du da weggehen. Äh, ja. Jetzt solltest du da weggehen. Jetzt sollte ich da rausgehen. So. Lass die mal ein bisschen kommen, dann töten wir die. Genau. Geh mal nicht, nicht direkt rein. Nicht direkt rein. Geh mal ein Stück zurück. Lass sie mal von dem Tower wegkommen. Weil dann werfe ich euch die nach hinten. Shen kommt. Da. Da. Angreifen. Ich darf da jetzt rein. Sehr schön. Sehr schön. Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Sehr schön. Jetzt bitte, wenn die Minions da sind, auf den Tower. Minions sind da. Auf den Tower bitte. Auf den Tower. Du bist beim Tower weg. Ich bin von einem Stück Stein getötet worden. Ich bleib da jetzt rein. Ist mir egal. Ich denke Nunu ab. Ja, sehr gut. Ich versuche es sehr gut. Du bist. Jetzt geh ich. Ich bin slowed. Ich muss da jetzt mal eben weg. Nunu hält auch einfach so viel aus. Ja. Das ist doof. Ich werfe Nunu sonst gleich. Wenn Rise wieder ein Stückchen näher hier ist. Nunu. Ich werfe euch den nach hinten. Äh, wir sollten. Wir sollten. Ja. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Versucht Nunu wegzumachen. Ja, ich muss da weg. Schade. Ich dachte, ich opfere mich dafür mal. Aber das hat nicht so ganz gekloppt. Ein Lob an Denise würde ich sagen. Erstmal so nebenbei. Was mit mir? Ein Lob. Ein Lob? Ja, das ist jetzt dein drittes Spiel und du spielst jetzt schon wesentlich besser als ich. Okay. 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 Nimm mich jetzt einfach mal so hin. Hallo. MMMMMMMM. Das heißt Murph? Du solltest da weggehen. Wir kommen dir zu Hilfe. Ja, ich bin verlangsamt. Ich würde ja gerne aber... Ja, schade. Egal. Pasca, du gehst unten in die Botte. Jo. Sollte nicht immer mit dem Kopf durch die Wand rücken. Kann auch gerne jemand helfen, weil hier sind zwei. Ja, ist mir egal. Ich sollte Caps Lock ausmachen, das wirkt so aggressiv. Aber ich krieg die Wurde an. Okay, weil sonst hätte ich jetzt Annie dahin geschickt. Fluffy, wir gehen wieder in die... Ah, ich hasse Shen, dieses Farschlock. Ah, komm her, du Pisser, komm her. Ja, wir gehen wieder in die Mitte, wir gehen wieder in die Mitte. Nunu ist da und Ryze ist auch da. Ja, ich hab die 3 unten. Jetzt nimm ihn doch und werf ihn unter die Tower, das kann nicht sein. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Geh da weg, die sind zu stark, geh da weg. Shen kommt in die Mitte. Ja, geh, 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 geh. Der war gut, der war gut. Der war gut, der war gut. Ich will nicht aufhören! Den kannst du nachher in deren Basis bringen, oder wenn die alle nebeneinander stehen, dann kannst du damit theoretisch auch einen guten Kill abräumen. Ich komm von hinten! Sehr schön, aber nicht wieder in mich. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas für tot. Zitat Hangover. Ihr seid gleichzeitig gekommen. Du in ihm und er auf dem Boden. Ich bin tot. Ach ja. Ich werf dir Ryze noch zwei andere rein. Achtung, da sind alle. Jetzt... Mann! Das kann's doch nicht sein. Warum geht denn Kuh nicht mehr? Ach, weil mein Chatfans zu offen ist. Ooooooh! Es wird mit dem Tod enden. Jetzt stirb! Fuck! Wir sind... Was hat er gegen mich? Was? Er sagt im Prinzip, dass du nicht geholfen hast und deswegen wir verlieren werden. Aber er hat einfach keine Ahnung und soll die Klappe haben. Ja eben. Ich bin tot, ich kann keinem helfen. Der war doch silbertod! Ich bin auch nur ein aber kleiner Kack-Noob. Ich bin ein Noob, 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 ich bin ein Noob. I willn't. Ja, das zeigt wieder diese Intelligenz, die einfach in dem Spiel ist. Vor allen Dingen kaufe ich mir grad wieder das zweite Paar Schuhe, weil mich dieses Willen vollkommen aus dem Konzept geworfen hat. Ich bin so ein Trottel. Oh, I willn't. Natürlich. I willn't. Ein Enemy ist unstoppend. Welcome to the Internet, würde ich sagen. Internet, do your thing. Ich geh mal durch die Bot und guck mal, was da so los ist. Mach das. Äh, warum bin ich schon wieder tot? Mach die. Ist ja, oder sowas. Nein, die ist oben, die macht oben, pusht oben. Die stehen oben nur rum, finde ich. Aber gut, ich sag nichts mehr. Hau ab, Suraka. Ich geh über die Bot. Da ist, äh, Shen. So gemein, Anfänger runterzumachen. Ja, das hast du in jedem Spiel, egal wo du startest, ob das ein Shooter oder so ist. Aber man sieht ja, dass die Leute Anfänger sind, wenn die noch nicht so einen hohen Level haben. Warum muss man hier grundsätzlich runterziehen? Dann macht das ganze Spiel keinen Spaß mehr. Ja, das sind diese Kack-Noobs, ganz ehrlich, das macht auch teils echt aggressiv. Zurück, 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 zurück. Helfe euch! Kann ich auch nicht viel helfen. Ich bin gleich bei uns in der Basis und bringe Shen mit. Ob das so eine kluge Idee ist, ich weiß es nicht. Aber, hier ist noch ein Turret, den ich habe, und da werfe ich Shen jetzt erstmal drunter. Mein Sterberekord heute, in dieser Runde. Aber guck, mein Bildschirm sieht ja keiner. Das ist wahr, man sieht nur mich hier failen. Ach ja. Mann, Shen, geh drauf jetzt. So, meine Fresse, und selber tot. Kamikaze nenne ich das. Naja, immerhin etwas. Jin, du kannst ja auch noch Items kaufen. Solltest du sogar. Hast du es die letzten Spiele auch nicht gemacht? Jetzt hört man sie nicht mehr. Ja, ich... Ja. Ich fehl hier einfach nochmal ein bisschen rum. Lass mich alleine, ist okay. Kann ich mit leben. Ich bin gleich wieder auf dem Weg vor dem... Tag Speed, Tag Speed ist immer gut. Du bist denn in der Mitte? Ja, ich bin gerade am sterben. Gut, ich komme auch in die Mitte. Gavin, du solltest da nicht stehen bleiben. Ja. Ich stehe das immer zu spät. Da sind dann teilweise... Ich gehe jetzt shoppen. Viel Spaß. Ich habe hier ein Riesenproblem. Ich habe Ash, Rice, Nunu und Shen. Ihr könnt mir gerne helfen in der Mitte, wenn ihr wollt. Ja, jetzt spät. Du hättest abhauen, so. Ja, abhauen. Weil einer hinter mir steht, weil ich mir denn gerade hinter mich geworfen habe, und zwei vor mir stehen. Der Gefährlichste ist eigentlich, Nunu. Oh Gott, mir kommen alle entgegen. Ich weiß noch gar nicht, wo man hinrennen soll. Und hui! Auf Nunu klatschen, auf Nunu. Auf Nunu klatschen. Sonst klatscht das ja auch, naja. Ich und meine blöden Kommentare. So it shall be. Ich könnte eigentlich wieder ein bisschen was verkaufen. So, ihr geht in die Mid-Russian. Ja, ich versuchte, die beiden gerade einzuholen, aber... Ich hab's nicht geschafft. Wenn ich nur Minions töten, ich hoffe mal. Komm, wir gerieren einfach nach oben jetzt. Da ist Rice, ich werfe euch den nach hinten. Jungs, hier, hier, hier. Besuch für euch, besuch für euch, besuch für euch. Ja, schmeiß mal. Ich kam nicht so weit. Wir waren bis zu weit hinten. Wir waren bis zu weit weg, korrekt. Hier, ich mach nochmal. Mhm. Ah. Geh auf mich. Kack, Nunu. Hier, hier, pass gerade. Nunu, 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 Nunu. Ja, ich mach nicht mehr Schaden. Auf Nunu. Nunu. Kann ich durch Zufall einer heilen? Ja. So Raka kann das, aber ich weiß nicht, ob sie's macht. Ja. Ja. Vorsicht, Tower. Auch vielen Dank. Diese Folge wird ein bisschen Überlänge haben, würde ich sagen. Ich dive jetzt. Aber wir schaffen das, diese Folge nicht. Weiß ich's nicht. Ich dive jetzt mal. Kann mich niemand heilen? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Geh, bleib erst mal oben. Und dieser verkackte Nunu. Ich bin verlangsam. No mana for heal. Okay. Ich bringe Besuch mit. ich bringe besuch mit ja ich bin tot ich kann lauf weiter lauf weiter nach hinten ja ich habe gedacht dass ich das wird jetzt eine folge um die überlänge das ist mir egal ich habe keine lust mehr zu schneiden ihr könnt auch noch nie warten eben nicht sterben nicht sterben bitte weiter auf nunu pass auf elscher auf und auf rice auf weiß auf weiß auf weiß opfer ausgepackt wieder die harten schimpf wird uns das wandel kannst du und aber zurück porten du auch gern also ja auch wenn man da jetzt mittendrin steht könnte es glück haben so also verliert gerade im board games ist irgendwie peinlich ein bisschen aber es ist auch schon spät du solltest weiß töten unten das ist wichtiger auch da was soll ich machen was soll ich machen ich renne hier einfach durch in der gegend rum spiele einfach das spiel ich spiele einfach das spiel okay aber wenn ich das spiel spiele dann sterbe ich immer ganz trocken von mir alles was du hast auf nunu klatscht das ist ja immer mit einem hp entkommt oder so ja das ist unfassbar ne das nervt absolut gar nicht das ist nicht unsere runde nö aber lustig und besser als wochenlang dragonball am stück zu gucken das stimmt oder jetzt hab ich dir bis hier oben gefolgt oder monatelang dota am stück zu spielen ich möchte ja jetzt auch keinen anspielen weg 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 ich hasse es wenn die einfach mit so 5 hp überleben das nervt so absolut gar nicht durch unten oder mitte aber geht ja nicht alleine in die kämpfe ich bin wiederum wenn jetzt immer wenn ich das von den jens höre denke ich habe ach du feinste ne ich komme durch die mitte ich komme durch die mitte von hinten ja so wie ich es gern habe so ja komm mal hier schön unter mein stückchen wenn ihr jetzt alle tot sind dann können wir pushen oh was macht Annie denn kommst du? das wäre super ich? einfach drauf ich habe rice gleich down sehr schön und hinter dir die beiden kriegst du auch ich kriege rice nicht zöne die beiden hinter dir zöne die beiden hinter dir zöne die beiden hinter dir das kann es doch nicht sein meine fresse wir kümmern uns ohhhh fick die henne hast du sie? ein ich habe nur dinge ich habe nur dinge ich habe nur dinge egal pushen shit 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 das ist die minions boah ich dive dann rein ich dive weiter drauf wir sollten weg 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 versuch's gar nicht jetzt rennen einfach ja mach nix alles gut alles gut ach ja überlängen folge wir verlieren im bot game was kann schöneres geben ich kann mir nichts schöneres vorstellen jeder fängt mal klein an das ist wohl so wir sind zu viert wir sind zu viert ja das ist richtig weil Annie irgendwo in der Gegend rumsteht vielleicht hätte ich sie doch von Anfang an in den TS lassen sollen dass ich sie hätte anschreien können oder ihm danke das musst du mit Caps Lock machen ah und die sind alle in der Mitte lebst du wieder lebst du wieder ich lebe wieder äh du drückst enter dann kommst du in den Chat dann macht sie das Chatfenster ah könntest du bitte schnell mitkommen ja natürlich wir sind beide unterwegs ja jaha 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 aber wenigstens haben wir eine aggressive Grundstimmung die sollten wir jetzt genau gegen unsere Gegner hämmern so ist es brenn an den minions einfach vorbei die kümmern dich jetzt nicht vor allem ich hasse Shen ich hasse ihn ich geh auf Nuno ja alle auf Nuno alles auf Nuno verfolgen alles ist egal Nuno muss sterben schön ja nice hey wie hab ich das denn gemacht? und jetzt auf die andere rein ich weiß Shen Shen ist in den Wald abgehauen ich geh mal hinterher gucken wie der lang sein könnte das war ja cool ich weiß nicht wo Shen hin ist ihn jetzt töten Shen ist oben komm da auch mal hin so soll ich rein bleiben? nö lass EM die minions töten jetzt kannst du gerne jetzt wirst du hier eben nö nö scho auf den Neno ich hab keinen spell mehr ich geh trotzdem ich libe da jetzt hinterher es ist mega ich krieg hier nicht mehr geh da weg 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 Ich hätt' fast gehabt! Portal zurück, ach du bist seetot. Gut, gut. Bleib in der Basis, bleib in der Basis, bleib in der Basis, weil die sind in unserer Basis. Was ist ärgerlich? Komm nicht zurück, das kann's nicht sein! Ja, da musste ich ihn in den Busch stellen, aber weg. Oh, diese Minions, ich hab' das jetzt mitbekommen, dass die Minions mich angreifen, ständig wieder da. Oh, was macht Annie denn? Das kann's nicht sein, das kann's nicht sein, danke. Mann! Ich helb' euch, ich helb' euch. Scheiß auf Leben. Ich pushe die beiden grad' hier runter. 3, 2, 1... Okay. Oh, jetzt geht Annie da... Ah, super Minions, komm! Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ähm... Sollen wir es über die Mid versuchen? Ja. Okay. Okay. Da ist am meisten down. Ich hab' das Haar vergessen. Und die sollte Capslock ausmachen, das wirkt immer so aggressiv. Ja, so ein bisschen. Ja, ja, das ist halt immer bei meinen anderen Leuten zusammen. Ah! Annie ist auch nur leicht angenähert von mir. Was? Sven, du musst nicht alleine in die Teamfiles gehen. Ja, ich, äh, wollte in Shen... Ah, es ist sterbig. Ich nicht. Auf Twundle? Ja. Heute auf Twundle. Ja. Am besten auf Ash. Wir machen ja alle unsere Türme kaputt. Nur mal so nebenbei. Ja, da müssen wir die Minions da vorne töten. Ich bin immer noch Torhroch. Hilfe. Wissen wir. Ich hab Shen unter den Tower geworfen, haben wir noch mal ein bisschen was abgezogen. Ich darf hier vorne jetzt, ich werfe hier unter den Tower und dann... Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Geht grad nicht. Ja, alles gut, alles gut. Ich versuch die hier unter dem Tower zu halten, dass wenn die hier ankommen vom Tower gehügelt werden. So, weiter drauf. So, äh, Denise, was du am besten machen kannst? Ja. Du bleibst in der Basis und verteidigst die einfach. Okay. Wenn du Hilfe brauchst, hab ich schon. Wer begeht nicht so oft. Wer, komm mal her. Ja. Oh, die machen so viel Schaden, jetzt machen die so viel Schaden. Wenn sie schlau wär, was sie nicht ist, sie hoppelt einfach mal. Die Weltgeschichte hätte sie mir mal helfen können. Ich bin hier ganz alleine. Wer hat denn jetzt meinen Ashkill geklaut? Achso. Wir haben jetzt einen Hashtag-Waffels zu verlaveieren. Wer hat denn jetzt noch eine ganz alleine? Ihr Inhibitor ist bald wieder respawning zu kommen. Überlänge. Überlänge. Wir nehmen auf, überlänge. Womit wir eigentlich auch wieder beim Pascal, äh, seinem Glied wären. Ihr Inhibitor ist bald wieder respawning zu kommen. Kennst du dich so genau aus? Ja. Mein Popo ist noch ganz und bunt. Geh doch mal eben zurück und heil dich. Kannst dich am besten backporten, geht schneller. Ja, Senior. Nur weil du es bist. So, warte eben bis du da bist. So, und jetzt gehen wir stumpf zusammen durch die Mitte. Habst du? Ja, ich habe mir noch den Health gekauft gerade. Fluffy, kann sie mitkommen. Kann mitkommen. Wohin denn? Durch die Mitte. Und alles töten, was du siehst. So ist es. Alles töten, was ich sehe, das kriege ich hin. Ne, links, 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 da ist Twandel. Links, links ist da oder da um rechts ist. Äh, nicht so weit, nicht so weit, nicht so. Ah, warum gehst du denn schon auf Lulu? Sag doch was, sag doch was. Komm her, komm her, ich hab ihn wieder zurückgeworfen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Scheiße. Fick die Hände. So, it shall be. Kann einer heilen? Ne, momentan nicht. Warte, ich bin nämlich gleich tot. Warte ich zurück. Da ist ne Idee. Von wem will ich denn verlangsamen? Warte ich mal eher dran denken. Du kannst doch mal zurückbauen, dann wurde es gerade von irgendwas angegriffen. Du brauchst es nicht mehr. Ich bohle den auch nochmal zurück. Wir haben beide 1 HP. Gehen wir durch die Top. Jawohl. Ne, death mal eben mit. Okay, wir bleiben in der Mitte. Habe ich gerade gehört. Ich habe über mein internes Headset gehört, wir bleiben in der Mitte. Wir bleiben in der Mitte. Und das in Überlänge. Ich mag das wohl. Ich sollte eigentlich schon lange schlafen. Ich nicht. Boah. 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 Ich werfe dir hier mal die... Jetzt bin ich aggressiv. Wir helfen uns. Das ist es hier. Pot Sehr schön. Au. Ich komme, ich komme, ich komme. Komme, ich komme, ich komme. Ähhh. Puschen wir hier hin이지. Schneller! Puschen wir hier nämlich. Dein Team hat noch einen Inhibitor. Shen ist hier. Scheiße, Mann. Ja, ihr müsst am besten einfach deffen. Ja, ich bin jetzt in der Top, weil ich Trangle haben wollte noch. Wie mir diese Soraka auch einfach nicht hilft. Lass niemand überleben. Ach, Mist. Das ist kein gutes Spiel. Ha. Habt ihr noch was, was ihr schon immer mal im Internet sagen wolltet, außer Penis? Vagina. Warum frage ich eigentlich so blöd? Auf unserem Sieg ein dreifaches Möp. Einfaches Möp. 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 rapporten ich bin in 70 sekunden wieder da nein so lange ist man übrigens auch bleibt mal eben hier unten hier ist alles von die haben uns fast da und deswegen müssen wir ein bisschen unten aufpassen es geht doch drauf ich habe jetzt meine schuhe verkauft geht zurück geht zurück geht zurück ja einfach zurück einfach zurück einfach nach hier ganz hinten weil wir dürfen nicht alleine kämpfen ja mann warte auf mich mit deinem Herzchen hinterher da damit ich mach nochmal Schleichwerken für Fluffys Kanal doch mal ja es ist ja eine andere Folge da kann ich ja nochmal Werbung für Fluffys Kanal machen weil Fluffen wo ja momentan so dermaßen viel los ist ja gar nicht aber da wird ja wahrscheinlich noch was kommen ja das auf jeden Fall und Fluffy hat auch eine Facebook Page warte warte du lustigerweise untersuchen nicht finden konntest das ist richtig aber irgendwann hoffe ich dass ich den Link noch hier mit in die beschreibe so auf den rechten Tabern aber auch da kommt in Zukunft mehr echter Tabern echter Tabern und man kann Fluffy bei Den Katern auch und man kann Fluffy auch bei Animix finden Das auch. Da kommen nämlich momentan ganz viele Dragon Ball Sachen. Wir müssen erst ein E-Hipo durchzustellen. Da werde ich auf alle Fälle einen Link noch zu posten. Auf jeden Fall, Luffy hat auf ihrem Kanal auch noch ein paar LPs gemacht. So, jetzt drauf auf den Nexus. Sind zwar ein paar ältere LPs. Was hast du da eigentlich gestaltet damals? Rise of the Golden Sun, oder? Ja! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Aber es war hart. Es war hart. Sehr hart. Und nicht nur mein Glied. So! Und jetzt nichts auf die Statistik gucken, da bist du peinlich. Nichts auf die Statistik gucken, dann gucke ich nichts auf die Statistik gucken. Ach wieso? 22,5 geht doch. So, auf alle Fälle haben wir dieses Bot-Game auch wieder gewonnen. Demnächst könnten wir dann auch mit Fluffy im PvP antreten, wenn sie denn dazu Lust hat. Wie peinlich ist das ECO-Wipe 17 mal gestorben! Es klingt nicht danach, dass sie Lust auf PvP hat. Naja! Aber ich bin Stufe 3! So ist es. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke euch beiden fürs Mitspielen in dieser Aufnahmesession. Und würde sagen, wir sehen uns alle wieder. Bis dahin! Tschüss! Do-do-do-do! Big Stars! Bup! Tschüss! Bup!